Ja, ja, das Schatzfoto. Schatz. Würde ein Bild haben. Ich kann... Hallo. Das ist ein Kiste. Kiste. Oh Gott. Nee, da geh ich jetzt mal nicht dran. Woher da dann? Eww. Immerhin kein Skelett. Yes, Brennstoff. Das ist nichts Gutes. Du lehnst dich schon zurück, weil du weißt, dass irgendwas kommt? Nee. Hast du Schmerzen? Ich muss mich auf dem Setzen. So aus, als wäre er da oben eine Säge. Welchen anderen Raum? Welchen anderen Raum? Den da? Den oder da? Garage. Garage. You don't say. Okay, da ist irgendwas versperrt. Jetzt ist Mr. Snowstorm wieder da. Snowstorm ist auch so ein Busy Boy. Oder? Andere Seite verschlossen. Ah, ich sehe schon. Ich habe es hier mit Viechern zu tun. Ah, guck mal. Burn, Marder. Burn. Burn. You don't need no water, let us murder. Burn. Burn, Marder. Burn. Ah, ich bin voll. Fuck. Schmeiß das Zulettenpuder einfach weg. Ja, warte mal. Ich kann das mal nehmen. Wow. Flintenmunition am Ende. Aber Schatzfoto kann ich wegwerfen. Recher. Oh, ich will jetzt eigentlich was mit der starken Chemikalie anfangen. Hast du ja, dass wir starke Chemikalie haben? Da rein können wir nicht. Hören wir nach. Wow. Was? Wir werden das klären. Fick dich. Alter. Ich bin so verrückt. Besser, ich sage nachladen. Wo ist er? Wo ist er denn? Leck mich. Noch mehr brennt. Da ist er, glaube ich. Oh Gott. Es tut mir leid. Wahnsinnig männlichen Ausdruck. Leck mich. Kann ich die Oma da töten, ey? Oh ja, ist klar. Stirb. Hier. Ja, die ist voll ekelhaft, alter. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Brennstoff ist gar nicht mehr normal. Wo ist er? Ich glaube auch. Kann ich noch mal irgendwas herstellen? Äh, nein. Und Krabwürtchen ist weg. Und Krabwürtchen ist so, der Krabwürtchen ist weg, was? Was? Krabwürtchen ist weg? Eingeschlafen wahrscheinlich. Zumindest stand er eben kurz nicht in der Liste. Ja, leck mich. Da oben bist du. Was? Was? Hau ab. Alter. Hau ab, ey. Ah, natürlich. Ja. Was? Was, 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 was? Ja natürlich, Leute, 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 ich kann nicht mich heilen. Meinst du? Das könnte sein. Das wäre... Nein! Dann geh doch mal weg! Hau ab! Naja, nix. Ich hab keine, keine, nix mehr. Ich hab keine, 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 nix mehr. Huch. Äh, Entschuldigung. Ach. Ja. Ja. Ach, ist klar, Leute. Oh, wir können noch irgendwas... Oh, wir können noch irgendwas... Ich werd' dich aufbringen, ich werd' dich aufbringen, ich werd' dich aufbringen! Ja, ist klar. Nein! Hoch, hoch. Wie töt' ich dich? Wie töt... Es geht die Wahrheit ein! Alter! Nein, nein, nein. Alter, was? Ist kaputt bei dir. Wie krieg' ich... Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe nichts mehr zum heilen. Ich habe nichts mehr gerade. Ich habe hier nichts mehr. Ich habe da nichts mehr. Boah, leck mich! Wie töte ich die? Wie töte ich die? Nein! Ich habe alles aus Schatten. Lag doch einfach tot, okay? Hier ist die Lampe. Jetzt liegt sie auf dem Wasserzeug. Alter. Ich meine, unten am Lasenmäher lag noch was. Okay, wir gucken gerade noch mal hier oben. Ich gucke sofort unten. Alter. Hat die alle mich fertig gemacht, ey. Sonst fehlt immer noch der Sohn hoch. Ja. Eben. Der ja scheinbar Rugby oder Baseball oder Football ist einfach. Vielleicht ist er sportlich. Okay, das ist weg. Pro-Munition. Ganz großes Kino. Wie... Ja, wie eine Spinne, oder? Sollte sie eine Spinne darstellen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat sie sehr... ...komische Sachen mit ihrem Körper angestellt. Ja. Die hat auch irgendwie so Babys da unten. Hier meinst du? Tatsächlich. Hast recht. Geil. Guck mal. Kann ich jetzt kombinieren? Yes. Da. Nein! Nicht genug Platz! Kannst du nachladen? Oder so? Ne. War ja bei Null. Ja. Munition für die Standardpistole. Guck mal. Deine Sequenz ist im dritten Bereich. Okay. Schade Tobi. Jetzt habe ich nachgelacht. Wo? Ah, komm mal. Scheiße. Kann es sein, dass alle Sachen wiedergekommen sind? Kann auch sein, dass die wiedergekommen sind, ja. Okay. Wir haben jetzt die Lampe. Also das heißt, wir können jetzt raus hier. Und dann gucken wir uns hier nochmal um, oder? Würde ich vorschlagen. Gehen wir trotzdem hier nochmal rein. Guck mal, dass wir den... Guck mal. Hier ist alt. Süßige Chemikalien. Können wir nämlich nochmal zweimal Arzneimittel herstellen? Ist ja saugut. Okay. Wir kommen hier nochmal rein. Wir gehen gleich nochmal hier rein. Sind jetzt alle weg, oder was? Mhm. So gut wie. Also unseren Zuschauer. Wer? Der Zuschauer hat ja nicht zuschaut. Was? Pistole Munition. Was auch so. Entriegel. Nice. Okay, gerade mal nachladen. Habe Spaß. Erstmal sichern. Ja genau. Erstmal sprechen. Alter. Puh. Das heißt mit der Lampe können wir jetzt in die eine Tür rein. Mhm. Kriegen den Arm. Dann treffen wir uns mit Zoe. Dann treffen wir uns mit Zoe. Ich schätze auch, dass wir das jetzt tun. So. Viele starke Chemikalien, die wir vielleicht noch brauchen, werden. Ja. Ich glaube hier vorhin dieser Flug sah. Ja. Flug da. 21, 42 oder so hat er sich am Anfang genannt. Ja. Und dann hat er mit Diagrounds 45, 46, 47 uns gefolgt. Und dann kam auf einmal voll Stabpfüllchen und Zimmerlampen 04. Hier. Und die Klara. Pättchen slap at me. Ich nehme ein, dass der das war. Ganz klar. Im Glück auch wieder gegangen. Ganz so nicht so cool. Ja, ist auch. Das ist blöd. Ich hab mich schon gefragt, warum das hier so offen ist. Ja. Jetzt wurden wir eines Besseren belernt. Jetzt wissen wir's nicht. So, genau. Hier waren wir dran. Okay. Hier hinten waren noch blüssige Chemikalien. Nehmen wir mit. Hab ich gesagt, machen wir gleich ein Haltränkchen draus. Alter, dieser Halt. Die hat echt viel Schaden gefressen, die Frau. Vielleicht kannst du halt wirklich darauf an, dass man hier auf diesen Unterleibschin ziehen musste. Naja, das kann gut sein. Weil wir hatten auch echt viel Flinten-Munition hier rumfliegen. Was auch echt verdächtig war dafür. Entschuldigung. Vorher. Danke. 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 Danke.